Applaus Meine Damen und Herren, und nun, ein schneller Tag, der seit 60 Jahren nicht froh gefühlt wurde. Okay, ich werde jetzt aber nur für Sie heute Abend mit Möbelstücke jonglieren. Die mutige Platz für Kinder hier, haben auch von denen, die denken, dass ich es schaffe. Haben auch von denen, die denken, dass ich das nicht schaffe. Haben auch von denen, denen das scheißegal ist. Genau. Langsam, zusammen, klatschen, bitte. Locker! Bitte nicht! Das! Oh, jetzt! Oh, jetzt! Oh, jetzt! Und nun, komm mal her! Von Comedy bis zum Tragödie. Kurz vor den Telefonnieren. Niemand schläft, wenn ich arbeite. Das ist Live-Unterhaltung. Keine Kameratricks. Alles, was ich sehe, ist ohne Netz und kaputten Boden. Yes! Noch einmal für die Kinder hier. Denn schnell, ich kipp die Hände mit grob die Augen. Ein lecker bisschen für die Mädels jetzt. Freihandig! Yeah! Alles gut, ja! Danke schön! Es tut mir so leid, ich bin vielleicht nicht gut, aber ich bin der Beste in meinem Preislager. So! Oh! 26 Tage ohne Alkohol! Dankeschön! Danke! Ja, nicht hintereinander! Während fünf Jahren! In Englisch! Sag mal! Huuu! 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 Spielen Sie ruhig das hellste Mal, Publikum! Huuu! Ein ganzes Huuu! Huuu! Ein Lütz des Großen sind für die Killer-Kauk-Dauser! Uuuu! Huuu! 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 Keine Angst, ich bin halb profisch. Versiert Messerschaffer, Mariten Jungler. Eine Extremen. Ich nun werde es eine gute Idee, die Beine zusammen zu machen. Eine Extremen, tödliche Klinge trifft auf. Ein völlig velloses Gemüse. Ein strömischer Baby. Oh ja. Kinder, wo wären wir ohne sie? Generische Inseln. Flophila. Bahamas. Genau, ich entschuldige. Hup. Ohoho. Es tut mir so leid. Genau, ein wenig kleiner Messer Nummer 2. Auch bekannt als eine Ghetto-Creditkarte. Nummer 3. Nach der Show. Beweis Mittel 1. Kannst du das machen? Sind sie wahnsinnig? Niemals eine Karotte nehmen von einem fremden Mann. Mitmesser Nummer 3. Hup. Dieser Trick ist extrem gefällig. Aber... Hup. Hier ist besser. Hup. Die werden keine Schmerz bilden. Hup. 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 Wovor haben sie mehr Angst? Der Messer oder der Schweiß? Sie haben wirklich die Arschkarte gezogen. Also, ich bin nicht schwul, aber bei Ihnen, wenn ihr keine Ausnahme macht, solltet ihr keine Buddhisten sein. Ihr könntet in eurem nächsten Leben wiederkommen und euch nach hinten setzen. Entschuldigung, der Mann hier. Haben Sie ein Taschentuch? Gut, bei Ihnen kommt da etwas aus den Nase. Diese Dreck ist entstreckend gefährlich. Meine Hände sind auf drei Millionen Euro für schickert. Das ist verdammt viel Geld. Wozu, Junglirren? Ich konnte mich zur Ruhe setzen. Ja, völlig einreichbar. Wie geht's, deinem Magen? Ich hoffe, das ist nur ein Witz. Hey, ich mache auch Kindergeburt. Nein, das hat Ihnen nicht so besonders gefragt, oder? Noch einmal. Extra für Sie. Und nun suche ich einen gut aussehenden Intelligenten. Und schau mal, ob Sie jemanden nicht finden können. Frank, können Sie erst mal, da hat die Linke reinkliert. Linke hat es fest, okay. So fast, wie Sie kehrten, nur noch fast. So fast wie... Okay, Frank, ne? Frank, okay, Frank, bleib, bleib, bleib bei mir. Machen Sie... Machen Sie... Noch einmal, bitte, okay. Ich habe dieses Mal nicht so schwul. Okay, nee, 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 zweit nicht was. Frank, oop, das ist los. Ich brauche nur Ihre Fingerabrücker. Ein riesiger Applaus. So, Herr Frank, ich bin in der Patschin. Haben Sie mit Beamten im Publikum heute Abend? Sind die Beamten hier? Okay, das hier, das, das ist Schweiß. So, nun will ich mit Feuer jonglieren. Es ist sehr gefährlich, aber hey, es ist nicht mein Zett. Ach, ich will den Hut haben. Dankeschön. Super. So, die Leute mit Hallert in der ersten Reihe, geht spazieren. Sie sind sicher, okay? Meine Damen, sollten bei diesen mehr Kinder ins Leben kommen, bin ich gerne bereit, dabei zu helfen. Neue zu machen. Tisch. Wenn die Zell anfängt zu brennen, bleiben Sie, wo Sie sind. Später dann gibt es überall Ausgänge. Hey, viel Interessante jetzt, nicht? Ich darf mich Feuer jonglieren in ein Hotel mit Kindern. Und ihr dürft nicht rauchen. Das ist echtes Feuer. Kein billiger Brenneneffekt. Kein Pusten. Und ich guck mal, das war Spuchen. Und der erste Gang. Okay, zum Aufwärmen. Gut. Gut. Ja, niemals gegen den Wind. Ach. So. Offensichtlich sparen Sie Ihren Applaus für den jüngsten Trick. Wow. Wahnsinn. Ausgeschaltet. Ich könnte hier vor euren Augen verbinden und sie macht Schnappschüsse! Und ihr alle sagt, hey guck mal, das ist die Kinder in der Bremse! Sagt sie mich, das ist lustig! Kinder, probiert das nicht zuhause! Macht es in der Schule! Wow! Lauter! 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 Ja! Steve Frohlich! Spongebot Town! Applaus